All right, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zum Standard-Kump-Event. 80 Jahre war immer Stadler und ich glaube, darauf sind wir stolz mit einem starken, tollen Team und wir sind bereit auch für die Zukunft. Haben Sie Spass, feiern Sie mit uns, schön, dass Sie da sind, schönen Abend und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.